So, wir kommen wieder im Bus und hier ist wieder DMA 7-4-11. Ich mein DMA 4-7-11. Hast du doch gesagt? Nein, ich hab gesagt DMA 7-4-11. So, und wie ihr seht, hab ich die Seiten gewechselt. Die Seite der dunklen Macht. Okay, das war zu viel Star Wars. So, kommen wir jetzt mal wieder zum sachlichen Teil. Jetzt überleg mal, was wir in diesem Video machen können. Ich hab's. Vergessen. Und überleg noch mal. Überleg noch mal. Du Sacknase. Oh, mein Arsch. Oh, ich kotze meinen Arsch gleich aus. Oh, wie kann man seinen Arsch auskotzen? Oh, ich kotze meinen Arsch. Oh, ich kotze meinen Arsch. Oh, ich kotze meinen Arsch. So Leute, wir müssen jetzt leider aufhören, weil das Video sonst wieder zu lang wird. Wir wollen ja immer nur kleine Videos machen und ja, damit verabschieden wir uns von DMA4711, Mr. MP5 Ranger und Björns oder DMA4711s Titel, his big tips.